US-Regierung bringt Sanktionen gegen Nord Stream 2 auf den Weg. Wegen des Konflikts mit Russland um die Ukraine hatte gestern bereits die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die Ostsee-Pipeline gestoppt. Auf der UN-Vollversammlung in New York sagte Generalsekretär Guterresch, Russland verletze die Souveränität der Ukraine. Ukraine stellt sich auf Konfrontation mit Russland ein. Präsident Zelenskyj plant die Mobilisierung von Reservisten. Das Parlament in Kiew verhängte einen landesweiten Ausnahmezustand. Zuvor hatte die Regierung alle Landsleute aufgerufen, Russland zu verlassen. Moskau hat unterdessen mit dem Abzug seiner Mitarbeiter aus den diplomatischen Einrichtungen in der Ukraine begonnen. Ansprache von Putin zum Jahrestag des Verteidigers des Vaterlands. Dabei sagte der russische Präsident, sein Land sei immer offen für Diplomatie. Die nationalen Sicherheitsinteressen stünden aber an erster Stelle. Das Militär solle angesichts der schwierigen internationalen Situation weiter gestärkt werden. Ampel-Koalition beschließt Maßnahmenpaket gegen hohe Energiepreise. Geplant ist unter anderem die EEG-Umlage bereit zum 1. Juli abzuschaffen. Zudem soll die Fernpendlerpauschale rückwirkend zum 1. Januar erhöht werden. Und zwar von 35 auf 38 Cent pro Kilometer. Extreme Waldbrände sollen künftig deutlich häufiger auftreten. Das geht aus einem Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP hervor. Demnach könnte die Zahl solcher Brände bis 2050 um bis zu 30 Prozent steigen. Hauptgrund sei der Klimawandel, der mehr und intensivere Dürrephasen verursache. Das Wetter. Morgen im Südosten erst noch freundlich. Sonst meist stark bewölkt, aber trocken. Am Nachmittag in der Nordwesthälfte zeitweise Regen und windig. Höchstwerte 7 bis 15 Grad. Deine